Die hierzu erwerbende sanierte Sechs-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Bingen am Rhein. Die Wohnung wurde 1907 erbaut und wird über eine Etagenheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, sowie einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 160 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 212.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Wir sehen uns beim nächsten Mal.